Herzlich Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich spiele heute Days After. Heute ist Donnerstag. Und... War ein bisschen langsamer heute irgendwie. Ja, auf jeden Fall... Viel Spaß! Okay, der erste Sattel ist fertig. Ich würde mal sagen, ich gehe mal gucken. Ich bin nämlich neugierig. Zwei Sattel sogar fertig. Was bedeutet das, wenn ich zwei Sattel hier fertig habe? Kann ich hierzu reiten? Ah, Sattel ausrüsten. Rucksack ausrüsten. Wie rüste ich den Rucksack aus? Warte mal, ich habe da noch einen hier. Ein Lager. Äh... Das soll hier sein, ne? Ja, genau. Genau, perfekt. Genau soweit ich sage. So, also. Da nehmen wir zwei. Nehmen wir zwei. Da macht nur einen hier rein. Ein Pferd. Ein Pferd. Zappte. Ein Rucksack. Ohhhh... So geht das. Was, nur ein Platz hat da einen Rucksack? Rucksack am Vorhapfen ist hier nicht verfolgen. Oh! Oh, okay! Ah, nur mit Rucksack ist das. Okay, eins hat es fehlgebaut. Okay, gut, weiß ich Bescheid. 40 Nägel und Stahl, ich brauche auf jeden Fall Metall. Ich habe keine Waffe mehr, ich brauche eine Waffe. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt einmal so ganz alleine für mich die Dingens. Ich brauche Essen. Essen. Ich mache jetzt einmal für mich alleine. Einmal finde ich allein die Brücke. Die kennt ihr ja schon. Ich würde mal sagen, bis gleich. So Leute, ich habe die Brücke fertig gemacht. Da wollte ich gerade noch hier den Abwurfpunkt machen. Kann ich leider nicht machen. Ich habe zu wenig Leuchtpistolen. Und ich war jetzt gerade dran überlegen. Ich wollte hier so eine Medaille machen. Aber, also Pokal. Aber, hier waren wir ja schon. Hier, das können wir noch nicht. Dreieinhalb. Und den können wir auch noch nicht. Dreieinhalb. Vielleicht kriegen wir ja ein Maschinengewehr. Ich weiß gar nicht, wie ihr das bekommt. Deswegen wollte ich das mal probieren. Ich würde sagen, wir gehen hier in der Höhle rein. Schauen wir mal wie es aussieht, wird ein bisschen schwer, aber spaßig hoffentlich. Obwohl den Supermarkt haben wir auch noch nicht ganz geschafft, naja, vielleicht beim nächsten Mal. Das dauert aber lange. Scheint glaube ich gefährlich zu sein. Achso, da muss er erst mal die Karte runterladen. Okay, wir sind hier. Ist da nicht alle Zombies mit? Das ist gut. Obwohl, den kann ich ausführen. Und beim Sheriff war ich auch mal. Da habe ich ein Schlagkring gekauft, den ich gerade hier habe. Okay, den muss ich zuerst schlagen. Das geht ja schon mal gut ab hier. Da ist das Pferd. Da habe ich einen Platz frei. Da ist das Pferd. Da habe ich einen Platz frei. Oh. Was ist das? Lass mich wieder zurück. Da ist auf jeden Fall eine Höhle. Oh. Geht mal ganz raus. Na gut. Ich möchte erst hier draußen alles fertig haben. Bevor ich in die Höhle reingehe. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Ich habe jetzt kein Wasser mitgenommen. Shit. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Der war stark gewesen. Der war sehr stark. Der war stark. Schauen wir mal. Vielleicht ist da was am Trinken drin. Ich hoffe es. Nicht ganz. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Shit. 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 ast shit. Der ist zu stark. Ich muss mal kurz in der Basis herzugehen, mich voll saufen lassen. Okay, wir sind wieder hier. Ich werde jetzt mal kurz rein. Das ist doch nicht zu stark. So, wo ist er? Ist er gar nicht. So, ich will jetzt meine... ...starken Sachen holen. Ist er das gar nicht. Der ist aber auch stark. Ich sehe auf jeden Fall gerade, dass meine Schuhe noch nicht kaputt sind. Ich habe gerade eine Basis. Mensch, ich weiß nicht. So. 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 Mit drei Würfel. Einmal. So. Den kann man schlafen. So. Der andere. Der war so stark gewesen. So. 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 demander passt. Der ist gar kein normaler. Hahaha. Holy shit. Ah. Den kriegen wir tot. Ne. Die Abbrust, für die nicht. Oh Mist. Beine bitte. Keine Weitspucke. Oh, schön. Brauch ich. Oh, schön. Brauch ich. Ob das hier auch schön ist. Nice. Ich muss hoffen, für das verdammt. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Ich hab zum Schüttel auf. Aber das wird auch geschaut. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Hier ist ja alles voll. Ist ja heftig. Nur mal Kohle, jetzt holen wir Steinkohle. Ah, jetzt schon raus. Okay. Ich holte jetzt Futter. Oh. Krieg ich gleich. Spürt du den Raum? Oh. Krieg ich gleich. Ich war schon mal ein falsches Zombie. Ja. Mein lieber Scholli nochmal. Ja. Ja. Alles so vollgepackt hier vorne auf der Minimap. Das sieht man ja gar nicht. Ja. 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 Das ist ein Schwenkmal. Das war langsam. Das ist doch normal viel schneller. Oh, alles hier. Okay, das... Wir gehen in den Mund später mit. Hier erst mal rein. Was wir nicht brauchen, das hier ist es. Hier ist es genug. Und zweitens... ...bräuchten wir das auf. Okay, komm her. So, ich brauch's mal. Ich nehm den als Zweifwaffen mit. Das. Macht er gar nicht den Flächenangriff? Oder ist das wieder ein anderes Zombie? Okay. War gar nicht so schwer. Dann geht's weiter. Boah, der ist stark. Wie viel Leben hatte der gehabt? Gut. Okay, ich bin in der Basis... ... zurückbefordert... ... und befördert worden. Ich bin zurück in der Basis. Äh, ich werd jetzt erstmal kurz... ... meine Sachen hier anziehen. Jetzt werd ich kurz... ... meine Sachen verteilen. Gucken wir mal erstmal nach oben. Ich geb mir das ganze Fleisch den Hunden. Und dann... ... der Schwefel nicht... ... ich möchte ja nicht vergiften. So. Jetzt... ... ähm... ... wir müssen hier... ... holmes und... ... deren... ... haben wir nicht. Schwefel hab ich hier schon voll. Hab ich beim anderen gar nicht geschaut, ne? Ach... ... das war nicht drauf. Ja, hier hab ich auch nichts. Hier. Was hab ich denn hier? Oh, nichts. Hier. Oh, der ne war mit. Oh, nice. Sind die normalen Holz... Ah, jetzt brauch ich 20... ... Steine. Das hab ich. Das hab ich nicht. Ich hab davon ein paar, aber nicht so viele. Muss auch gleich mal gucken. Aber ich brauch jetzt wieder die Steine hier. Hab ich schon mal hier achten. Schmeiß wir die mal gleich mit rein. Stoff brauche ich. So. Warte mal. So. Warte mal. Freulich. Die Holzbretter. Da hab ich noch ein paar... ... neunzehn. Ich brauch dich. Wann das neunzehn? Zwanzig waren das, glaub ich. Hm. Ja. Ein Holzbrett fehlt noch. Und da zwölf Steine. Ein Holzbrett, zwölf Steine. Ich brauch zwei. Ein Holzbrett. Zwei. Uuuh. Ich hab gleich nachgeschaut, was ich da noch brauch. Stahlbahn. Hier. Nägel. Was brauchen wir noch? Hm. Stoff. Hm. In drei schon. Oh. 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 Warte mal. Brauchen wir noch raus. Nein. 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 Brauchen wir noch Stoff. Stoff haben wir nicht. Gut. Dann schmeiß ich mal kurz meine Sachen alle raus. Die ich nicht brauch. Bei der Rüstung hab ich gar nichts gefunden. Das waren, die brauchte ich, zwölf. Ja. Die packe ich unten rein. Super. Sind wir auch schon wieder fertig hier. Haben neue Rüsi. Schwef muss ich heute packen. Die zwölf. Niete nochmal hier rein. Packen. Das Buch hab ich auch. Wo hab ich das? Das Buch. Das Buch. Das Buch. Das Buch. Das Buch. Hier nicht. Ah. Hier ist es doch. Zack. Und das Buch rein. Ich bräuchte noch eine Nahkampfwaffe. Ach ne. Einen Fernkampfwaffe. Hab ich nicht. Ich bräuchte noch die Nahkampfwaffe. Weiter gehts. Zurück zu der Höhle. Okay. Wir sind wieder hier. Ähm. Voller Energie. Voller Rüstung. Wir suchen jetzt das. den letzten Zombies. Der uns da. einen über Latz gehauen hat. Da ist er. Ist aber stark. Der ist. Okay. Jetzt haben wir alle Zombies jammen. Geschlachtet. Warte mal. Die Rüsi haben wir noch nicht aufgemacht. Vielleicht ist da was schönes drinne. Schuhe. Er ist in Schuhe drin. Ich hab mal welche gebraucht. So. Ich würd immer sagen. Ich würd jetzt hier einmal. Im Auto Modus. Alles abfarben. Was hier ist. Ich werde alles. Außen alles abfarben. Kisten. Truhen. Ausräumen. Und. Dann werde ich in der Höhe reingehen. Und ruhe ich dann später dazu. Bis gleich. So. Ich bin wieder auf dem Weg dahin. Zu der Höhle. Und. Ich hab draußen. Fast alles abgesahnt. Bis auf zwei Teile. Die werde ich jetzt. Natürlich mitnehmen. Einmal Schulwander. Und. Ein Schlagstock. Oder Rohr. Genau. Die werde ich jetzt nehmen. Das wäre meine Schuhe extra in dort ausgezogenen Basis. Und. Jetzt gehen wir in der Höhle rein. Oh oh. Oh oh oh. Oh 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 oh. Juhuu. Ok. Da sind zwei. Das holen wir nachher ab. Oder lieber jetzt, falls ihr sterben solltet. Ich glaube jetzt ist besser. Weil das Problem ist, ich habe keine Energie mehr zum hin und her reisen. Also es wird jetzt sowieso das letzte sein, was ich mache bei mir. Also ich habe noch 20 Energie oder sowas war das. Damit könnte ich noch einmal hinreisen. Aber nicht mehr zurück. Okay, wenn ich sterben sollte, könnte ich doch einmal hier her reisen. Dann muss ich nur 13 Minuten warten, um wieder zurückzukommen. Was ist denn das? Ein Pilz? Oh, hier kann man Pilze fahren. Kann man die auch so essen oder nicht? Probieren wir gleich mal aus. Also nehmen wir mal vorsichtshalber die Pilze mit. Da gibt es auf jeden Fall ein Kochrezept für die Pilze. Sonstet道umist saht. Da oben ist nochmal her. Oh... Ich habe es, glaube ich 34 sein, um etwas abzufahren. Sowas gibt es auch... Alle auf einen Haufen da. Uah, shit. Was ist das denn? Hau ab, hau ab, hau ab. Also schnell ist er schwankig. Aber stark. Mit zwei Schlägen. Fast mein ganzes Leben untergehauen. Also den Bären... 25 habe ich. 16 kostet eine Strecke hin, eine zurück. Das sind 32. Also ich könnte nur noch einer dieses Mal raufen. Boah, der war klar heftig gewesen. Da muss ich mich jetzt erstmal vollfuttern bis dahin. Also gegen den Bären werde ich nicht gewinnen. Deswegen probiere ich den auszuweichen. Ich glaube nächstes Mal werde ich das mal machen. Ich hole mir so ein... Prennchen. Einen Begleiter aus der Stadt. Und probiere mit dem Begleiter aus der Stadt. Wimper. War das nicht. Wimper. 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 Scheiße, er hat mich erwischt. Er hat mich erwischt. Er hat mich erwischt. Ich muss bis jetzt auf 40 kommen. Okay, jetzt kann ich kämpfen. Okay, dann ist er. 40 wäre doch nicht mehr glücklich gewesen. Ja, ja, schau nicht her. Oh, schön. V-Shirt kann ich nicht. Das war. Auch gut. Wir können Hottohül holen. Hottohül, du trägst für mich. Ich glaube, ich krieg keine Pilze mehr, oder? Aber ich weiß nicht. Du trägst für mich. Ach, die Steine. Kein Design. Ich glaube, hier. Nee, den kann ich nicht forschen. Den kann ich gebrauchen. Dieses Leder. Ich brauche noch 10 Steine. Aber die Steine kann ich überall herholen. Dieses Leder hier. Dankeschön, Mutti. Du kannst wieder absuchen. Das ist die Haltbarkeit in der Tasche. Man hat da 50 am Anfang stehen. Jedes Mal, wenn du es aufrufst, geht eine Haltbarkeit weg. Damit kannst du dann noch was tragen. So, dann gehen wir mal weiter. Nach hier oben. Also, der, sorry, ist für mich nicht machbar. Das sind die Haltbarkeit. Das sind die Haltbarkeit. Okay. Haben wir alles so geschafft. Ach, das Ohr, das brauche ich. Hm. So, ist kein Platz mehr. Da sind Scharnieren drin. Die kann ich nicht abfragen. Erstmal. 4. 4. 30. Okay. Ich habe Steine genommen. Ja. Die kann ich Steine verzapfen haben. Was ist das da vorne? Das ist was größeres glaube ich. Ne. Ein normaler Somni. Ja. So schleiche dazu. Wenn es nur einer ist. Das ist nicht nur einer. Nichts. Ah. Minus eins. Na probier ich auch mal aus. Wenn wir ein bisschen high. Oh. Acht Bücher brauche ich. Null habe ich. Auf der Basis habe ich auch kein Sperm. Leider. So, und das letzte. Mehr Futter habe ich nicht. Aber jetzt kann ich das Ohr nehmen. Das brauche ich auch. Das ist für Trinken gut. Geht noch meine Radioaktivität hoch. Wenn ich über 100 bin bei Radioaktivität, kann ich nur noch 75 Lehmers, glaube ich, haben. Jetzt brauche ich erstmal eine Tasche. Die zwei Scharnieren bräuchte ich nicht unbedingt. Da habe ich noch welche rumliegen bei mir in der Basis. Die Lehmers habe ich auch genug rumliegen. Zumindest über 20 Stück. So. Bist du bereit für den Kampf der Kämpfe? Ja. 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 Nix zum Essen mehr. So ist jetzt die Musik. Das ist doch schon tot. Da ist die Truhe. Vielleicht ist da was zum Essen drinnen. Vielleicht ist da was zum Essen drinnen. Jetzt habe ich mich ein Zombie sieht. Schwefel. Brauche ich die Nägel? Die sind wichtig. Nägel. Nägel. Ich müsste unbedingt noch mal hier rein. Oh, meine ganze Waste ist weich kaputt. Oh. Oh. Ah, da habe ich einen langsamer Auge gesehen. Tja. Den klingelt gut. Wollen wir nichts zu messen. Wollen wir nichts zu messen. Trinken und 50 Radioaktivität. Ich bin schon bei 240. Ich kann doch bis auf 55. Boah. So war meine Radioaktivität noch nie. So komme ich schneller. So war es zurück. Ich schaffe es noch einmal zurück. Also bis gleich. So ein letztes Mal zu der Höhle für heute. Obwohl ich habe noch 15 Ausdauer. Aber ich weiß wieso jetzt nur noch drin. Einmal alles ausräumen. Den letzten Zombie glaube ich da umtöte. Wenn es der letzte war. Wenn es nicht. Ich hoffe es war der letzte. Und dann wenn ich halt alles gemacht habe. Werd ich am Ende noch einmal probieren. Gegen den Bären zu kämpfen. Nämlich wenn ich dann sterben sollte. So bin ich wieder meiner Basis. Bei Energie. 15 Energie habe ich zwar noch. Ah. Wenn ich jetzt fertig bin habe ich wahrscheinlich. Ein bisschen mehr Energie. Ich glaube das ist für 5 Minuten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe Post. Ach die Seite. Nimm ich aber jetzt nicht. Ne ne. So. Jetzt noch was der letzte. Zombie. Wenn es der letzte war. Was hat der da noch drinne. Was hat der da noch drinne. Es geht jetzt auch noch weiter. Es geht jetzt auch noch weiter. Ich dachte das wäre schon das Ende. Und da ist auch noch was. Noch eins. Ist das riesig. Hier unten in der Hölle. Gut das ich. Die Leute. Kann nicht. Aber. Alle paar Schläge. Passiert das hier mal von mir. Und ich habe mir jetzt auch mein Verbandszeug mitgenommen. Das macht mir. Die Dingens runter. Die Radioaktivität. Um 40. Große Zombie. Ok. Ich muss wirklich gleich nochmal hierher rein. Laufen. Es sind zwei Stimmen dort. Einer. Einer. Zwei oder? Ah. Da ist der andere. Der war nicht so stark gewesen. Der macht nur die Radioaktivität sehr schnell. Die Radioaktivität. Ich senke um 40. Ja komm. Ich kann den immer schreien. Vielleicht muss ich mal hin. Das ist die nächste. Boah. Ne hose. Was hat der hier verloren? Geh euch beides. Da krieg ich ja mal richtig Punkte heute hier. Ich bin auf den Mal 1 Bonus, das heißt... Ich hab noch nicht mal den Hammer hier. Ach je. Geh ich da oben noch weiter? Ne. Doch. Pilze. Viele Zombies. Drei Stück. Scheiße, 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 scheiße. Ach nein, was mach ich denn hier? Ach. Voll verwirrt gewesen. Alles gedrückt. Ich wollte mich wieder heilen. Gleich bin ich nochmal hier. Dann holen wir uns den Rest. So, ich bin direkt in der Höhle reingerannt. Hab mir gedacht, vorher brauche ich kein Play machen. Dazu sei es zu lange. Ich brauche jetzt eine Hose. Ich weiß, dass hier vorne irgendwo eine Hose rum lag. Deswegen habe ich mir keine angefertigt. So, dann werden wir... Ach so, das Fett steht immer noch hier. Da oben noch vorne. Fühlt sich so cool. Weg gemacht. Komm mal. Jetzt kann ich. So, wo ist die Hose? Also hier nicht. Hier auch nicht. Hier nicht. Da waren die Zombies. Guck mal. Diese Waffe. Hier. Genau. Da ist die Hose. Wenn wir alles Hose anziehen. Oh. Alles kaputt bei mir. Ich schaue mal kurz hier oben nach. Aber ich werde gleich von unten angreifen. Nicht, dass ich wiederum single werde. Von den ganzen. Meine Waffe. Och, nice. Okay. Dann fangen wir mal an, die Zombies nacheinander zu zerlegen. Und danach werde ich mein Auto Farm-Dings reinmachen. Nichts Musisch! Nichts gegessen. 洗 Jesus! Das ist ja. Oh. Das ist ja. Das ist ja. Und dann? Oh. Schuhe kaputt Alles kaputt Es geht immer noch weiter Achso ist noch die Truhe Oh, nice Da haben wir ja eigentlich alles bis auf den Bären Da sind Schuhe Zack, anziehen Es war hier noch eine Mütze Gibt es hier noch eine Mütze? Und das war es Juhu Wir haben es geschafft Ich habe aber keinen Platz hier Erstmal eine Steckpacke Und Autofahren Ey, ich muss ja nochmal hier rein Die Sachen alle absurde Das sitzt doch nicht Ach So, da haben wir jetzt erstmal die Steine hier weg Die Pilze werde ich bestimmt gleich auch noch holen Und die werde ich dann auch futtern Die Pilze, damit ich So, ein Pilz Zack Obwohl, das könnte ich auch noch essen gleich Wie viel geben die denn eigentlich Drei Narben Drei Narben Stahl brauche ich sehr sehr viel Stahl brauche ich sehr sehr viel Also Stahl ist wichtig Gleich ist mein Hammer kaputt Kaputt Das mache ich jetzt da Holz hatte ich noch hier ne Genau da Holz Gut Kann ich hier einen Hammer bauen Du 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 Weiter geht's Ich bin noch nicht fertig Ich bin noch nicht fertig Automativen möchte ich nicht haben Lieber hier Stein Lieber hier Stein Stein brauche ich dem nicht auch Was damit? Was damit? Damit? Ah, ich brauche einen anderen Hammer Oh Okay Dann war das vorhin auch nicht äh Level 34 Ich Sondern Level 34 Die Axt Okay 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 Ja gut Dann gibt es ja nur noch hier den Schmutz da Den ich glaube ich mitnehmen kann Schmutz Ich sag mal den Thron Ist der 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 Thron Moment da hin Wenn das zum Bären Ja Da möchte ich Lieber noch nicht hin Aber wenn ich ne Gute Fernkampfwaffe habe Könnte ich ja immer hier um den See herum Okay Und dann könnte ich auch um das kleine Dings herumlaufen Alles abgefarmt 34 34 Alles abgefarmt Das ist alles Ich kann nichts mehr Die brauche ich aber Aber Die produzier ich ja mal selber Viele Sachen, die ich hier noch gerne hätte Aber da kann man was schnell machen Kann man das sein nach oben reinschmeißen Aber nur noch kleine Truhe Die wir leer machen müssen Das Pferd könnte ich auch noch einmal holen Für ein Gegenstand So Du hast ja 45 Nur noch Dann könnte ich hier Ne Ich hab keine Fernkampfwaffe Ein Schuss, dann ist sie kaputt. Die bringt nichts gegen den Bär an. Also was brauche ich, was ist am wichtigsten? Das ist eigentlich egal was ich hier nehme. Alles? Okay. Ja, kacke nicht aber. Brauche ich nicht alles. Sofort. So, dann kann ich nur noch die Sachen vom Bären aufheben, äh vom Bären, die Sachen vom Bären da aufheben. Axt, 34, eine andere Axt ist da schon. Ah, hier waren auch noch Sachen. Kleberhut. Ich probiere den Kampf gegen den Bären. Dadurch verschieße ich erst einmal meine Armbrust. Hau ich gleich meine guten Sachen raus. Was? 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 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10. das muss ja laufen Scheiße Scheiße Oh, schön Das brauche ich auch Juhu Ich bin bei 53 erst, das kann doch nicht wahr sein So, ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal hierher kommen Denn Ich habe den Bären besiegt Und jetzt muss ich auch alles Gute, was hier ist, machen werden Gut, dann haben wir hier alles genommen Und hier alles genommen Was ich nehmen kann Oben sind wir jetzt nochmal Scharnieren, die ich nehmen kann Und Und dann War es das für heute Dann will ich noch einmal kurz hierher laufen Muss allerdings für zwölf Minuten warten Also ich werde einmal zurücklaufen Zwölf Minuten Dann wieder hierher laufen Dann ist schon wieder eine Stunde vorbei Das will ich euch nicht antun Deswegen sage ich nochmal Dankeschön fürs Zuschauen Ich freue mich nochmal im nächsten Video dabei sein Bis zum nächsten Mal Viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao, ciao Ciao